moin oder was geht ich bin es wieder euer enderplayer und willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ocean und leute ihr seht schon ich habe keine dings hier drin weil ich heute mit euch mein event sortieren wollte denn liebe leute wir machen das hat einfach gequetscht jeden fall wir machen es so dass wir hier erst mal unsere waffen haben dann unser essen und dann unsere blöcke die wir gerade nicht dabei haben bzw eine erde krassen so leute auf jeden fall wir haben ja gesehen hier steht wenn das jemand lesen sollte das nicht im norden das werden wir auf jeden fall nächste folge machen leute und ich habe hier sogar bisschen was vor mit den kisten zu machen und so ein bisschen zu sortieren und so ist schon so wir legen erst mal unnötiges zeug weg will ich mal das zweite auch weg holz kann gerne bleiben fackeln nehmen wir auch natürlich mit essen brauchen wie immer natürlich kohle auch sticks auch sind eisen und mit diesem eisen leute wollte ich mir glaube ich sogar genau so hier erst mal ein schwert kraften so damit wir uns besser verteidigen können dann wie wir hier schon sehen können brauchen wir ein rüstungsteil aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher ob wir es sofort machen wollen oder eher später deswegen warte ich erst mal dann machen wir es so nehmen die karte oder brauchen wir eigentlich gerade nicht egal dann habe ich noch ein paar blöcke wasser immer brauchen wir ich gar nicht oder brauchen wir ich gar nicht und natürlich geht wieder die feuerwehr immer wenn ich ein video machen würde das jetzt weg und leute auf jeden fall er hat mir so ich hier paar tipps gegeben und so aber keine ahnung ich glaube ich gucke mir noch mein tutorial dann aber trotzdem wir brauchen erstmal die die apickel und natürlich noch links labereimer genau und leute bezüglich zu dieser insel was aussah wie ein spielfehler oder da unten sie dir ist das tatsächlich eine insel habt ihr gesagt ich dachte wirklich dass mein fernsehen irgend so einen fehler hat oder so ich wollte echt mal so abschalten und wieder neu starten lol was zum krüppel alles klar okay dann wollen wir das mal jetzt auch auf jeden fall dachte ich wirklich das ist ein fehler oder so aber tatsächlich hier nicht komisch aber ja da gucken wir auf jeden fall mal gleich vorbei vielleicht gibt es ja was wichtiges zu sehen und so und leute ihr habt noch gesagt ich soll unbedingt beim glowstone gucken weil ihr habt gesagt da muss doch was sein mensch in der player du machst so viele sachen nicht in dieser folge was machst du denn überhaupt spaß egal dann haben wir noch nach karten setzlingen setzen und hierhin vielleicht kommen wir ein bisschen was auch kein bock ich glaube dem wächst hier nicht ich glaube der muss hier stehen so was habe ich hier drin ein bisschen gold ja hier kommen wir haben noch eine karten setzlingen ich habe ihn noch nach der folge eingesammelt dann haben wir jetzt bisschen holz da ich so gesagt dann würde ich sogar sagen da habe ich ein bisschen holz dann lasse ich mal ein bisschen hier und sonst auch hier lassen oder wir kommen nehmen wir mit noch was mitzunehmen ich glaube ja nicht dann würde ich sagen wir kraft uns erst mal ein boot genau ich glaube ich weiß wie mal wenn es nicht klappt dann bin ich am probo bitte bitte ja okay da hatte ich doch recht okay dann haben wir hier jetzt ein tropen bauboot wo ist dahinten ich habe eh schon keine anlagestelle knapp dann haben wir eine anlagestelle so können unser boot regen haben uns dabei außer bisschen zu wenig essen ich hoffe wir finden dort essen oder so was ist das alter sieht schon krass aus ne ist das ein dungeon ist eine normale insel was ist das hallo ist da jemand ist einfach so ein roll warum steht das unter wasser dann so weit oben warum bin ich in der player warum heiße ich nicht in der spieler wollen weil wir nach keine ahnung alter das guardians ich würde mal sagen mein gott hallo hallo ist die kiste versteckt mich erst mal ich höre zum die geräusche haben sind jetzt so mies ist vielleicht dunkel aber ich glaube ja nicht das sind ein paar dinge aber kommen die kommt tatsächlich noch nicht also halte habe ich mich gerade schocken warum meinen fatig nicht diese ich kann doch ich kann doch trotzdem alles abbauen ist immer egal aber ich schlag so langsam egal keine ahnung was habe ich hier jackpot jackpot geil wir haben ich in lava immer drin etwas eisen sind sticks nehme ich mal mit jungen netz eigentlich nicht mal schlecht groß und keine ahnung für was nehmen wir einfach mal mit wenn er manchmal alles mit leute wir gehen dann am ende zum glowstone wir gehen schon am ende der folge zum groß und so wie die kisten mitnehmen kommen machen wir einfach ein bisschen holz sparen dann haben wir es mitgenommen jawohl ich hätte mir doch lieber die rüstung kraften sollen oma oh mein gott hallo komische geräusche komisch okay setzlinge setzlinge das ist sehr gut diese gardien geräusche machen wir langsam angst ich habe gerade irgendwie ein bisschen angst dass ich angegriffen werde leute ich habe da ein schlechtes gefühl wenn er mal ein stack mit kommt wenn es überhaupt ein stack wird aber ich glaube schon wenn jeder kiste so viel drin ist kennen wir das geld kopf ich weiß jetzt nicht wofür und steve kopf knochen knochen ist sogar gut kohle auch alles was ich lasse ein bisschen hier slimeballs was kein plan lohnruten nehme ich gerne mit und leute ich sehe es ich würde sogar sagen wir gehen mal nicht nach hause wie lang hier wir lagern hier mal diese sachen ein wartet mal ich mache mir glaube sogar eine rüstung so das holz nämlich schon mit essen auch die setzlinge lasse ich ja das passt so ich glaube es wird gerade nacht so dann kraften uns hier eine workbench zack dann machen wir uns hier eine hose stiefel und so so nein ja mann ich dachte ich sein survival profi egal so dann haben wir eine volle rüstung schon mal gut so ich bekomme gerade nachrichten haben wir auch schon mitgenommen sei sind dass ich damals hier so haben wir alles mitgenommen wir wollen ist da hinten vielleicht noch etwas ja es ist nacht leute man ich höre die ganze zombie geräusche glaube ich mal noch nicht lang und hier ist tatsächlich noch eine kiste ja wohl aber ich habe nichts besonderes drin außer kettenstiefel und leder denkst nehme ich aber trotzdem mit warum ich bekomme immer irgendwie so einen schreck ne dann haben wir eine neue picke mit 8 clownfische schon mal gut weil dann haben wir ein bisschen essen ich gehe mal hier lang vielleicht ist hier etwas vielleicht bekommen wir noch die acht goldblöcke das wäre mega geil so ist hier eine kiste nein ist hier was weil ich nehme mal die mal paar blöcke zu hand damit wir was haben und ich bekomme gerade einladungen ich kann aber gerade nicht reinkommen tut mir leid bekomme ich dann gar keinen komisch woran gehen wir lassen wir hier lang weil ich sehe da eine kiste und wir sind tatsächlich hier goldräume ganz gut bei im dnk das ja genau das meinte ich Leute bauen wir mal das hier ab so kommt gold blöcke hier wohl ich glaube sollten acht stück sein ja das heißt wir brauchen nur noch ein apfel dann haben wir goldenes ok apfel ja und klub marien nehmen wir mal wird mit mit ja nicht mit mit da oben ist glaubt noch war warum kommen die ganze zeit geräusch ich glaub das da ist was ich glaube ich höre ist tatsächlich was hallo sackgasse die obere schicht macht mir ein bisschen angst so dann habe ich was kartoffeln oh mein gott unendliche denkst quelle essensquelle oh mein gott geil okay leute das wie ein eisenbaum dann nehme ich noch das eis mangeln wir nicht ne leute lassen jetzt mal die kisten hier zum clip tschüss marien keine lust schreibt mal wenn ich die wieder mal mit hallo hallo oh mein gott da ist der große guardian ich will hier nicht runterfallen mein gott leute das ist der riesige radii oh mein gott man die fischern jetzt eventuell verlieren ich doch nur ein bogen das ist der riesige radii oh mein gott man die fischern die macht stell dir mal vor alle greifen an oder ich weiß nicht ich will jetzt nicht meinen ganzen winter verlieren kiste jetzt ich auch nicht unterfallen man leute sollen wir es wagen weil wir so viel komisch aus von dieser perspektive alter okay die sind jetzt alle ganz hinten schweiß hallo doch man kommt er hat sich weiß nicht soll ich machen heute wisst ihr was wir gehen erstmal zurück ich glaube es ist eine abkürzung ja tatsächlich das war echt eine abkürzung leute wir machen die nächste folge versprochen wir machen die nächste folge aber nicht diese leute diese folge habe ich noch ein bisschen angst ich weiß nicht vielleicht schaffen wir es ja nicht wer weiß deswegen ich würde sagen wir gehen erstmal zu unserer insel und gucken mal bei diesem glowstone vielleicht ist da ja was wichtiges oder so also leute schreibt mal bitte wie ich das machen soll und so gibt mal bitte paar taktiken weil die machen schon nicht schlecht schaden und stelle ich mal den boss vor also es wäre echt nicht leicht und da ist irgendwas ne ja da ist was so zack dann können wir aussteigen aussteigen habe ich gesagt endlich so gehen wir mal runter und zwar wegen den geräuschen hier ist eine kiste was steht hier kommen wir luft luft hilfe was ist hier drin den nehme ich mal mit hilfe hilfe was ist hier keine ahnung oh mein gott oh mein gott oh mein gott habt ihr das gesehen hey das nennt man hey wie geht es dir bro ich darf ihn nicht angucken das ist ein paar creeper keine lüstererberührung keine lüstererberührung keine lüstererberührung wollte ich sagen und die sony geht wieder auf geil und ich merke gerade wir haben die ganzen sachen dort gelassen gg egal auf jeden fall wir haben eine rote schulkerkiste und was ist hier drin ein buch und was steht in diesem buch drin hilfe norden bittesch warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal hier steht wenn das jemand lesen sollte rettet mich im norden und hier hilfe norden bittesch was soll bittesch sein ähm leute habt ihr da eine vermutung schreibt mal in die kommentare ähm was er vielleicht schreiben wollte und soll wegen den geräuschen lol ja dann würde ich sagen mit diesem komischen abschluss war es das mit der folge bis zum nächsten mal schreibt bitte paar taktiken für den bosskampf dann würde ich sagen bis zum nächsten mal gut